Und jetzt sind die Pop und Weltstar Alarm am Bodensee. Der Herr, den Sie gleich am Keyboard stehen sehen, der hat D.P. Schmoth unter anderem mitgegründet und er hat unter anderem I Just Can't Get Enough komponiert, Vince Clark. Und der andere Herr am Mikro mit dem schlichten Anzug, das ist Andy Bell. Der hat eine so unverkennbare Stimme, ich verspreche Ihnen, es wird Ihnen gleich eine Gänsehaut über den Rücken ziehen. Zusammen haben Sie 40 internationale Top-Hits gefeiert, über 25 Millionen Tonträger verkauft und Preise rauf und runter eingesammelt. Always, so heißt der Mega-It, hier sind Erasure. Applaus 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017